das ist hier die frage jetzt habe ich das einfach zugemacht na okay haben wir noch ein streaming keyword one ja dann bin ich jetzt weit dann bin ich aber wieso sehe ich das nicht bei mir ja dann ist aber noch ein bisschen experimentieren wo ist mein iphone die übertragung unterbrochen man hat man hört sich auch aus der ecke ja so super gut also live schon mal ja jetzt ist es da jetzt dass man bekommen einfach nicht nur ein bisschen also bei lust hat so wie das war schöne grüße an den stefan reichert da glaube ich ein bisschen mehr waren software aber gut man muss sich ja weiterbilden ok ich spiele jetzt also wer mit mir spielen möchte installiert sich jetzt mal die elf drückt auf kevin freunde ja genau freunde da tippt ihr einfach meinen namen ein eugen hat sie geht unten aufs menü also hier im hauptmenü drückt auch freunde das kommt verzögert hier an na gut hauptmenü freunde auswählen und dann ja jetzt jetzt kommt da was ich hab mal hier die werbung aus werbung deaktivieren noch mal was war die stadt und beziehen so werben ist auch alles klar also leute spielt mit mir einfach freunde gehen eugen eintritt und die los 6 5 4 3 eine kleine stadt habe ich schon mal aber die groß habe ich also der welt da sollte schon mal gut so mal gucken was machen wir noch 1 2 3 1 2 3 4 1 das ist ja schon mal für den den es interessiert ich bin hier gerade im büro kevin sind am kohlen und dann war die ecke war kein wort ok gut leute spielt nicht mehr knüppelt mein nutzernamen ist eugen knüppel app installieren eugen eintritt und der freunde und los geht's so dann spiele ich mal gegen eben die man zuverschweigen hat mal gucken 2 3 4 2 3 4 das ist doch schon mal was meine gute strafe probieren ja nicht geklappt aber die kleine ist im haus also erlebe osterix 6 6 6 6 6 und haus haus oder 3 mal die 6 also was haben wir jetzt 24 auf der 6 das ist doch gut weil ich möchte nämlich den bonus kassieren ich denke ich bin 63 im oberen feld ich denke ihr habt schon mal knüppel gespielt also wisst ihr bescheid gegen asterix drei ok gut leute spielt mit mir mein nutzernamen ist eugen für die ich bin jetzt live mit euch dabei so waren wir die vier full house hervorragend beim ersten wurf guck mal gegen die süße wechseln 70 ich bin dazu lachen gewinnt jetzt nix hier so 4 4 kommt 4 4 4 4 ok so ja der augen spiel knüppel hätte das gedacht 2 3 4 5 1 ok machen wir nochmal das krumm hervorragend ganz brauche 1 große straße super ok das 6 ist nun mal die fächte meine liebsten specher jetzt habe ich denn da ah dieser runden leute eugen einfach knüppel starten eugen eintippen und ihr seid mit mir drin spielt mit mir und ich spiel mal hier weiter gegen die süße 66 na gut schauen wir mal 6 6 2 4 5 6 5 6 das sieht jetzt mal gut aus ja ein bisschen Glück braucht man ja so jetzt haben wir da Full House auf Anhieb aber der ist schon belegt 3er 4 4 4 mit 5 22 Punkte auf dem 3 mal das ist gut das gehen wir doch hin wer spielt denn da jetzt nicht ich bin da reingekommen Gast spielt mit mir okay lieber Gast wer bist du denn 5 4 3 2 wo kommt gut ich hätte mal an mal gucken falls aussieht der sieht ja wo habe ich denn da so gucken wir mal so wie siehst du weggeguckt ich habe jetzt auch weiter ich bin hier 4 4 4 naja 4 haben wir das schon gut versuchen wir mal 4 einzukriegen nein das war wohl nichts ja mal Rettung sind 20 punkte 20 punkte sind 20 punkte ja das weiß ich auch na gut ok also ihr seht ihr habt ich habe gleich mehr Spiele parallel am Start 6 was mache ich denn dann probieren wir mal einen coolen Ausdruck zu kriegen braucht mir 4 oder eine 2 und so habe ich schon Beispiele am lauf 5 4 3 kommt mit 2 oder eine 6 dann habe ich die kleine Klasse geklappt aber die 2 5 10 punkte super so mal gucken wir mal wer das ist ich drücke mir die auch mal an 1 gucken so 6 ah here we go hier geht mir die 1 ab switche mal ah 4 mal 1 so gut haben wir alle gut meine Uhr meint mich soll nicht bewegen aber ok machen wir gleich spielen wir noch ein bisschen 5 5 6 6 5 5 was machen wir denn da jetzt wenn wir nicht schon da auch kurz 10 so meine Lieben ne wir grüßen ja ihr könnt mich herausfordern jetzt live auf Facebook ansonsten auch immer gerne zurück einfach euch aber ich bin hier im Büro da kann ich die Kamera nicht rumreißen hier meine fleißigen Jungs und Mädels hier reden aber wer war das denn jetzt Michael 45 300 anbietig kenne ich nicht mich ich habe ich noch die notification ausgemacht aber egal so keine straße auf an fast so 235 gegen 198 punkte 76 da ist noch was drin da ist noch was drin guck mal so da ist noch was drin ich habe zu schnell weitergebracht nehmen wir mal die freien so wir müssen mal auf Facebook gucken bei Chip oder online mal gucken so ich schicke mal mein Handy ganz kurz auf die Seite 5 5 5 3 5 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 10 Punkte ja Risiko Computer läuft auch schon heiß hier irgendwie ist ja Maxon bisschen mit dem Livestream überfordert also da ist die Kamera auf meinem Laptop und da ist mein Bildschirm deswegen gucke ich in meine falsche Richtung bin aber dabei so ich muss jetzt auf meiner Teilnahme sehen wie das hier leicht aussieht ach warte gucke ich so hi Bartek spiel doch mal mit mir überraschung man muss das ja mal ausprobieren verkriegt was mache ich denn da jetzt geht 24 233 dann nehmen wir die 8 aber jetzt gewinnt ich guck mal süße 76 ich hab wieder einen Move gemacht 22 22 2 8 von 10 Punkt ich sag mal gut im Zweifel ok keiner chattet mit mir Jungs seid alle auf Arbeit naja ich auch ich hab ja wissen Spaß da und spielen so 3,9er hervorragend süße 76 wohl auch aber ich glaub das schaffe ich nicht mehr mit meinem Knüffelvorsprung hier wird das nix ich nicht die 6. na gucken wir mal 264 punkte ich hab gewonnen ja das ist doch so jetzt haben wir noch die zwei anderen Spiele offen gegen business Asterix 3 ja ja wenn das wohl sein mag ok 5 5 5 full out nehmen wir den full out oder den 3 ich nehme mir full out geh auch nochmal sicher so so gucken wir mal 4 4 und wir haben ein 3er hat schon mal geklappt die 6 ist auch gut ich gebe extra punkte und die sind auch 23 punkte aber so Jungs spielt gegen mich Knüffel App downloaden und gegen Eugen spielen das ist das ist user 6 6 na was ist das denn cool house mit so einer hohen augenzahl ähm ok aber ich würde noch mal jetzt komm 3 6 nach vorne 28 punkte auf dem 4er oder 24 punkte auf dem 6er naja also im oberen feld gibt es den bonus deswegen nehme ich bei den 24 auf dem 6er weil ich habe jetzt 34 punkte im oberen teil jetzt hier einen hier und im oberen teil brauche ich halt die 63 um den bonus voll zu machen das sieht aber schon gut aus wieder ein cool ausgeworfen dann habe ich es aber auch noch ein 4er komm gib mir einen Knüffel da ist der Knüffel gut so michael 341 das sieht jetzt schlecht aus würde ich sagen mit den 72 punkten ok ihr seht ich kann auch in meinem eigenen spielfreund so auch hier mal los gegen die zu spielen nein das mal facebook so ok wer ich bin da jetzt mit mir haben mich er schreibt mir da bist du ja klar bei den emojis michael chattet mit mir das habe ich das gefühl als wenn der nicht kennt aber könnte natürlich mal bei uns in der datenbank das machen wir nicht so auch okay hier hier vier das ist gut 16 vierer feld ich habe schon 50 punkte bei 63 gibt es den bonus im oberen feld das sieht doch schon mal gut aus 3666 machen wir zwei sechsen wenn es in die hose geht es habe ich nix okay drei kommen noch nur sechs woche geklappt na gut nehmen wir rettungstrengen die punkte sind ja sicher 198 gegen 129 der verliert das kriegen wir hinkommen macht voran er ist dabei war durch das 444 habe ich schon gebrochen oder vielleicht doch probier man vieles zu machen abgeklappt 18 punkte bis auf gar nichts mit dem vorsprung kann ich mir das denke ich gut leisten so 126 von vier strafe macht keinen sinn der dreier kann ich gebrochen aber ich brauche mehr ich muss die zehn schaffen aber jetzt habe ich die 950 punkte im oberen teil das bedeutet der bonus ist mir in die nähe gerückt 246 vorhanden aus okay bonus bekommen so mich halt ohne ein 40 dann muss man was leisten hier jetzt aber schütze 1 1 1 keine gebrochen 4 1 straße vierer könnte ich mal probieren aber wenn deine rote geht auch nix okay gut aus das ist voll keine lust mehr zu spielen so 6 5 4 3 4 fehlt mir mal gucken ob wir das hinkriegen ja die straße ist nicht komplett ms 23 punkte wir sind sicher wie viel hat er auf der rix wenn es ein r ist das wissen wir nicht so genau 147 168 ok knappe kiste schauen wir mal 265 4 3 2 probieren dann noch mal die strafe zu kriegen 1 6 4 3 geklappt jungs ich habe eine große strafe gefällt ich bin doch jeder hero heute so die 222 das braucht man zwei jahren 3 ok auf zwei nach der dritte drei jahren na das ist eine knappe kippe dass ich den Kniffler auf Null setzen können, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich die Hoffnung nicht aufgebe. Okay, er macht schon mal nicht zu. Komm, mal weiterspielen. Eins. Okay, wir brauchen eins oder sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Komm. Ja. Die Straße hat nicht geklappt. Ein Punkt. Aber den Bonus habe ich. In den Sack. Sechs. Fünf. Vier. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und eine Fünf brauche ich. Komm. Vier. Vier. Okay. So. Mach es mal vor, Michael. Ich habe gewonnen. Na, da ist doch mal was. Leute, spielt mit mir. Mein Nutzenname ist Eugen. Ganz einfach Knippel. Kniffel downloaden. So rein gehen. So. Ich das hier mache und Eugen eintippen. Und dann habt ihr mich. Suche nach Mitspielern. Genau. Dann müsst ihr Eugen eintippen. Jetzt. Dann könnt ihr mit mir starten. Ich kann jetzt sogar mit mir selber starten. Kevin, ist das so richtig? Ich spiele mit mir selber starten. Mal gucken, was passiert ist. Ne, kann ich natürlich nicht. Das wäre ein Ding. Aber was spielt denn da mit mir? Das war noch nicht zu Ende. Das war ein Zug gemacht. Ist denn das? Das ist Asterix. Drei. Natürlich viele Medaillen, der Junge. Aber, Punkte stand. Er kann nur noch den Vierer holen und ich den Kniffel. Na gut, gucken wir mal. Vier, fünf, sechs, sechs. Wollen wir die Sechse einmal zwei Stück? Okay. 08 hätte die drei, habe ich ja noch offen. Kann ich ganz übersehen. 3, 3. 3, okay. Neun Punkte. 219 gegen. Ah, du reichert oben. Ich darf ein Spiel mit dem reichert, sagt mir Kniffel. Hallo Stefan. Du kriegst jetzt eine Push-Nachricht. Von mir, weil ich mit dir einen Spiegelstand habe. Fünf, vier, drei, zwei. Kleine Straße. Okay, kleine Straße. Mal gucken, ob der Stefan Zeit hat, mit mir zu spielen. Ja, mit den Live-Sachen ist das immer so eine Sache. So gut. Aber ich wollte ja nochmal Live-Streaming testen. Es scheint zu funktionieren. Ich bin am Kniffel spielen. Software geht's. So, nächste Chance. Ansonsten, ich spiele auch gerne heute Abend mit euch. Einfach. Suche nach Mitspielern. Eure eintippen. Dann seid ihr so. So, jetzt mal gucken, wie ich hier ein Team hier stoppen kann. So, ich sag schon mal Tschüss. Bis nächste Woche. Dann spiele ich wieder mit euch. Und dann ist das. So, ich sage mal.